Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon-Kampf. Und wie ihr seht, so möchte ich mal ein gegendisches Team haben. Genauso, da ist alles dabei, was dabei sein muss. Legendäre Pokémon sind nicht dabei und Sheets vermutlich auch nicht. Deswegen Leute, viel Spaß. Und da geht's los. Wir kämpfen gegen Sascha. Sascha beginnt mit Schildi. Ein schöner Name für einen Tourtalk, Schildi. Das gefällt mir. Aber zu seinem Pech beginne ich mit Blitzer. Nicht ganz so cool für ihn, aber er bleibt drin. Ich setze meinen Voltwechsel ein, einfach um schön Damage zu machen. Was sogar ausreicht, um sein Schildi zu vernichten. Perfekt. Und ich wechsle aus. Muss ich ja wegen Voltwechsel. Und es kommt dafür rein Fiaru. Und es steht 6 zu 5 für mich. Ohne irgendetwas. Dann kommt Assel, was ein Rexblitzer ist. Nicht unbedingt eine gute Wahl, wie ich finde, gegen einen Fiaru. Aber irgendetwas hat er sich vermutlich schon dabei gedacht. Aber gut, die Mega-Entwicklung. Damit habe ich nicht einmal gerechnet, verdammt. Aber wie gesagt, es ist Pflanze-Eis. Und somit sehr, sehr anfällig gegen eine Feuerattacke. Lass ich mir natürlich nicht zweimal sagen, da kommt der Flammenblitz. Und das müsste es gewesen sein für sein Assel. Ja, reicht. Muss ja auch. Vierfache Schwäche, meine ich. Und dann noch ein Crit. Also das hat mehr als nur ausgereicht. So, mein Fiaru erleidet ein bisschen Schaden, aber das war es mir dann wirklich wert. Die Hagelkörner machen auch nochmal Schaden, aber nicht weiter schlimm. Gut, dann kommt von seiner Seite das Absol. Das hier jetzt kein Mega-Absol mehr werden kann, was schon mal gut war. Deswegen mein Sturzflug, in der Hoffnung, es macht sehr viel Schaden. Bams. Und ja, es macht sehr guten Schaden, würde ich behaupten. Und das Aero-Ass. Warum setzt der Aero-Ass ein? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ganz im Ernst. Aber mein Fiaru ist bald kaputt, wegen den ganzen Hagelkörnern. Aber ich hoffe, ich hoffe einfach mal, ich kann es jetzt... Nee, ich bleibe nicht an, verdammt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Okay, ich halte mich erstmal hoch. Hoch? Ja, hoch vor allem. Ich halte mich hoch, weil ich meinen Fiaru nicht verlieren möchte. Und jetzt kommt seine Psychoklinge. Warum? Erst jetzt. Gut, viel Schaden macht es eigentlich auch nicht. Aber trotzdem. Ja, und es bekommt auch Schaden, das ist sehr gut. Aber irgendwann muss es doch mal aufhören zu hageln. Noch nicht fünf Runden um. Offenbar nicht. Ich heile Fiaru noch einmal hoch. Einfach in der Hoffnung, dass er nochmal mit irgendetwas Schwachem angreift. Oder dass irgendwann... Wow, Spukwahl. Auch nicht schlecht. Und es macht mir quasi keinen Schaden. So möchte ich es ja sehen. Die Hagelkörner wieder. Aber gut, ich bin... Ja, genug geheilt, glaube ich, um anzugreifen. Nachdem ich mich noch einmal mit Überreste geheilt habe. Das muss natürlich auch sein. Gut, greife ich an. Ja, ich greife an mit dem Stahlflügel, aber absolviert ab. Da habe ich mir auch fast in den Arsch gebissen und gedacht... Ah, leck mich doch. Aber immerhin, das Hageln hat aufgehört. Ich heile mich mit Überreste noch ein wenig hoch. Reicht nicht ganz für 50%. Aber ich dachte mir, komm, das Absol muss weg. Ich setze Flammenblitz ein. Auch wenn ich da Silberschaden nehme. Das ist mir dann auch egal. Hauptsache, ein weites Pokémon ist weg vom Fenster. Und mein Fiaro überlebt zumindest. So, Überreste, noch ein bisschen KP dazu. Und wie hat es schlussendlich 72. Ja, das ist eine gute Basis. Und dann kommt Bisa Flora. Auch da. Warum setzt ihr Bisa Flora ein gegen ein Fiaro? Ja, ich setze erstmal Ruheort ein, weil ich dachte... Komm, was will ein Bisa Flora schon einem Fiaro antun? Außer natürlich genau das. Außer natürlich es einschläfern. Und damit sogar treffen. Das war das Einzige, was ich dachte. Komm, tu alles bloß nicht das. Und genau das tut er. Und ja, nicht so cool. Aber dafür habe ich wieder volle KP. Aber dafür ein schlafendes Pokémon. Und jetzt setzt er Giftpuder ein. Warum? Das habe ich nicht verstanden. Aber zu meinem Glück wacht Fiaro endlich auf. Was heißt endlich? Sofort wieder auf. Und mein Flammenblitz erledigt natürlich das Bisa Flora. Ohne Wenn und Aber. Ja, warum das Giftpuder, wenn mein Pokémon schläft? Das war vermutlich ein Verklicker von ihm. Also ich rechne es ihm jetzt mal als solches an. Definitiv. So, was hat er noch? Ein Alpollo hat er noch. Genau. Warum auch immer er ein Alpollo spielt, statt ein Gengar, verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber vielleicht hat er sich frisch gefangen und es wurde jetzt einfach auf Level 50 hoch beziehungsweise zurückgestuft, bevor er es entwickeln konnte. Das kann ja sein. Ja, Schaden macht mir der S4 eigentlich auch nicht wirklich. Ich hatte dafür umso mehr Schaden gemacht. Und die nächste Attacke dürfte es nicht überleben. Auch wenn es nur der Stahlflügel ist. In Anführungszeichen nur der Stahlflügel. So, Alpollo ist weg. Es läuft sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Fünf Minuten sind bereits um. Und er hat noch... Was hat er eigentlich noch? Ja, genau. Sein Sarzenia. Sein Team ist nicht unbedingt dazu ausgelegt, gegen meinen Fiaro zu kämpfen, musste ich dann irgendwann feststellen. Denn auch dieses Sarzenia wird die Attacke nicht überleben und ist One-Hit-KO. Also da hat er wirklich ein wenig Pech, dass ich meinen Fiaro dabei habe. Ich gebe es ja zu. Und damit wurde Sascha besiegt. Okay, Sascha. Du hast ein cooles Team. Echt, da kann man echt viel draus machen, würde ich behaupten. Aber, ja, sobald ein Feuer-Pokémon kommt, das eine gewisse Geschwindigkeit hat, ist ein halbes Team leider schon dem Untergang geweiht. Man hat das gesehen. Aber da ist viel Gutes dabei. Das Team gefällt mir echt. Vielleicht kämpfen wir irgendwann wieder zusammen. Und zu meinen Zuschauern sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschö.